Im Schatten einer riesigen Lilie wohnt im Herzwald eine Einhornfamilie. Der Herzwald liegt im Land der Träume. Dort sind die Blumen so groß wie Bäume. In diesem Wald brach eines Tages aus einem Ei ein Einhorn heraus. Und alle finden, es passe sehr gut in den Wald. Darf ich auf die Reite? Nein, doch! Nein, 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 nein. Was hast du gesagt? Nein, 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 nein. Was? Nein. Was? Nein, 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 nein. Na und? Nein, Kind. Das geht nicht. Du sagst so oft nein. Du willst wohl kein Einhorn, sondern ein Neinhorn sein. Nein, 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 nein. Nein, nein, nein! Nein, 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 nein! Na und, na und, na und! Na und, na und! Ha! Ich weiß, wer ihr seid! Ihr seid das Neinhund, der Wasbär und der Nahund! Ja, genau. Richtig. Nein, doch! Was? Nein, doch! Nein, doch! Was? Nein, doch! Nein! Was, nein, doch? Was? Nein! Was? Nein, doch? Was? Nein, doch? Was? Nein, doch? Nein! Na und?